Ja, und jetzt geht es hier weiter bei Pearl TV mit dem Thema Haushalt und natürlich auch Putzen. Und Sie sehen vielleicht, ich strahle gerade, obwohl es ums Putzen geht und das ist wirklich nicht mein Lieblingsthema, weil wir zeigen Ihnen in dieser Sendung, wie Sie auch strahlen beim Putzen, weil Sie nichts mehr tun müssen, weil Sie das ganz einfach abgeben. Aber jetzt nicht an fremde Personen oder an Verwandte, die dann kommen und Ihnen zur Hand gehen, sondern an Roboter. Und da gibt es natürlich die neuesten Generationen. Und für mich das Schlimmste überhaupt am Putzen ist Fenster putzen. Es ist nicht nur unangenehm, sondern ich gebe es ganz ehrlich zu, meine Knie machen nicht mehr mit und ich stehe auch nicht mehr so gerne auf Leitern. Und ich glaube, das wird mit jedem Jahr schlimmer werden, dass ich älter werde. Und wenn es Ihnen ähnlich geht, dann lassen Sie sich jetzt von unseren Putzhilfen für erstmal den Fenster, später aber auch für den Boden überzeugen. Holen Sie sich eine Haushaltshilfe nach Hause und zwar einen Roboter mit Fensterputzroboter, obwohl das viel zu wenig gesagt ist, fangen wir es an. Und das ist nicht irgendeiner, das ist der Preisträger des Innovation Awards 2019, also ein ausgezeichnetes Gerät. Das können wir ja wirklich sagen. Und was das alles drauf hat, das erklärt uns jetzt Kati. Ja, das ist ja für Sie der Gewinner, der Gewinner des Innovation Awards 2019. Und das ist schon eine große Auszeichnung, da werden ja viele, viele, viele Geräte getestet. Hier haben Sie den Gewinner. Und das auch in einer super Qualität, weil wir arbeiten hier mit einem der innovativsten Hersteller von diesen Robotern zusammen, Reinigungsroboter und zwar hier mit der Firma Hobot. Das ist, finde ich, auch mal ganz wichtig, dass man Markenqualität bekommt, dass man hier ein Top-Produkt bekommt, für Sie wahrscheinlich auch. Und deshalb hier wirklich nur beste Qualität, einer der innovativsten Hersteller auf diesem Gebiet, das ist Hobot. Und dieses hier sogar ausgezeichnet mit dem Innovation Award 2019. Und Ralf hat es gerade schon angedeutet, das ist jetzt nicht nur irgendein Putzroboter, ein Fensterputzroboter. Nein, es ist wirklich so ein Allround-Roboter, den Sie überall einsetzen können, weil dieses Gerät ist mit der innovativsten Technologie ausgestattet. Das bedeutet hier, wenn wir uns den mal umdrehen und anschauen, da ist eine spezielle Drucktechnik eingebaut. Der arbeitet mit Unterdruck. Diese Drucktechnologie gleicht zum Beispiel durch Druckanpassung auch Unebenheiten aus. Das bedeutet für Sie, Sie können ihn auch an zum Beispiel marmorierten Fenstern benutzen, auch zum Beispiel an Fliesen, selbst wenn die Fuge haben, benutzen. Das ist alles möglich. Und ringsherum sind Sensoren verbaut. Da ist eine Lasersensortechnik. Das heißt auch hier, beste Putzergebnisse für Sie, für Ihre Fenster, für Ihre dachschrägen Fenster sogar, zeige ich Ihnen gleich. Ja, sogar über Kopf funktioniert das hervorragend, aber auch für alle anderen tollen großen Flächen, wie zum Beispiel auch Ihre Duschkabine. Weil die Duschkabine ist ja auch oft rahmenlos und das kann der auch, weil der hier wirklich diese neueste, innovativste Technologie eingebaut hat. Also ein ganz, ganz tolles Modell. Gereinigt wird hier übrigens einmal mit diesen Mikrofasertüchern. Und da haben wir hier für Sie heute direkt auch drei von diesen Mikrofasertüchern im Lieferumfang mit dabei. Die können Sie immer wieder verwenden. Die können Sie auch immer in die Waschmaschine stecken, wenn eins mal schmutzig ist. Also drei Stück heute für Sie schon dabei. Und dann haben wir hier noch eine absolute Neuheit. Und das ist auch die Weiterentwicklung. Vielleicht haben Sie früher schon mal Fensterputz, Putzroboter gesehen. In diesem Modell hier ist extra ein Tank eingebaut. Und in diesem Tank füllen Sie Reiniger mit ein. Und der Reiniger, der wird ganz fein dosiert, perfekt dosiert für die Oberfläche hier von diesem Gerät, ganz intelligent ausgesprüht in so einer Art Sprühnebel, sodass hier das perfekte Reinigungsergebnis erzielt wird. Selbst für festsitzenden Schmutz auch. Also selbst wenn da mal wirklich Verkrustungen am Fenster sind, wenn da ein Vogel drauf gemacht hat oder auch bei Pollen, Blütenstaub oder so. Weil hier mit diesem Reiniger zusätzlich gearbeitet wird. Und das ist ganz, ganz neu. Das hat nur dieses Modell, unser Hobart mit dem Innovation Award 2019 ausgezeichnet. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie, weil Sie denken jetzt, was ist denn da für ein blauer Reiniger drin? Das ist der Originalhersteller Reiniger, den wir hier haben. Eine Wahnsinnsqualität. Und Sie bekommen zu Ihrer heutigen Bestellung ein Fläschchen von diesem Reiniger. Das sind 250 Milliliter. Direkt auch mit dazu. Das heißt einfach hier über diese praktische Einfüllhilfe dann hier einmal einfüllen. Und dann haben Sie wirklich ein super Reinigungsergebnis, weil der ist genial. Also bekommen Sie direkt mit dazu, damit Sie zu Hause auch direkt loslegen können. Ja und zum super Reinigungsergebnis habe ich hier auch nicht nur unsere Meinung, sondern ich habe hier seitenweisen Kundenbeiträge, die wir immer wieder zugeschickt bekommen, worüber wir übrigens sehr dankbar sind. Und ein paar davon möchte ich Ihnen mal vorlesen. Zum Beispiel MD aus Neubrandenburg schreibt uns mein persönlicher Fensterputzer. Da ich stark sehbehindert bin, begeistert mich dieses Gerät. Jetzt habe ich es und ich bin vollends zufrieden. Endlich saubere und streifenfreie Fenster. Und dann haben wir noch Zuschrift von D.B. aus Bergkamen. Erfüllt seinen Zweck sehr gut geeignet für Dachfenster und Wintergärten. Eine wirkliche Erleichterung speziell für das Polieren und einen weiteren noch hier aus Mirane. Eignet sich sehr gut für Fliesen im Bad. Ich putze das ganze Bad damit. Den Fliesenspiegel in der Küche, Schränke mit polierter Oberfläche, Edelstahlkühlschrank und sämtliche Spiegel. Also wir sehen, das ist ein Tausendsasser. Und jetzt sehen wir gleich auch, du wirst uns gleich zeigen, wie einfach das ist. Da sehen wir die animierte Qualität nochmal. Aber Fensterputzen ist ja nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich. Das stimmt. Du hast schon gesagt, für dich auch sehr anstrengend. Natürlich, wenn man da auch irgendwelche Knieprobleme hat, wenn man ein bisschen älter ist. Aber es ist dann auch wirklich gefährlich. Und zwar je älter man wird, desto gefährlicher wird das Fensterputzen, kann man sagen. Es gibt dazu Studien. Die meisten tödlichen Unfälle im Haushalt passieren übrigens beim Fensterputzen. Das passiert dann halt, weil man runterstürzt vom Stuhl, von der Leiter. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Deshalb wirklich die meisten tödlichen Unfälle im Haushalt passieren beim Fensterputzen. Und im Haushalt gibt es mehr tödliche Unfälle als auf unseren Straßen. Man denkt ja immer, der Straßenverkehr ist besonders gefährlich. Nein, es ist wirklich der Haushalt, der besonders gefährlich ist. Und gerade das Fensterputzen ist da an Stelle Nummer eins, weil Sie halt immer irgendwo hochklettern. Stellen Sie sich jetzt mal vor, das ist Ihr Fenster. Sie haben so ein schönes Dachschrägenfenster zu Hause. Vielleicht haben Sie auch mehrere davon. Und da muss man dann Fensterputzen. Wie soll man das denn außen machen und vor allem auch innen, wenn Sie da dann noch eine Leiter dran stellen. Und dann müssen Sie über Kopf quasi dann so das Fensterputzen, wenn Sie da auf dem Stuhl abstürzen. Das ist wirklich gefährlich. Und wir können uns das auch mal anschauen. Da sehen Sie es, mehr als 11.000 Tote im Jahr. Die tödlichen Unfälle im Haushalt nehmen extrem zu. Und wenn wir uns diese Statistik an der Seite anschauen, je älter man wird, desto gefährlicher wird das. Weil man da schneller auch natürlich mal Kreislauf bekommt, das Gleichgewicht verliert. Man ist nicht mehr so agil und Muskelkraft und Balancegefühl verschwinden natürlich auch, sehen wir da in dem Artikel. Deshalb je älter man wird, desto gefährlicher wird das. Und man muss es ja nicht mehr machen, denn es gibt ja solche tollen Hilfen. Sie müssen sich ja gar nicht erst der Gefahr aussetzen. Und diese Anstrengung, die Sie auch haben. Holen Sie sich so einen nach Hause und der hilft Ihnen. Und ich zeige Ihnen das auch mal hier. Wenn Sie das kennen, Fenster über Kopf, oh, anstrengend. Hier das Gerät einfach nur einmal ansetzen. Dann schalte ich den unten einmal ein. Und dann hören Sie, dass der piept und der saugt sich jetzt direkt fest. Und dann hält der auch wirklich bombenfest. Schauen Sie mal, wenn ich hier dran rupple richtig, der hält bombenfest an dem Fenster. Und dann kann ich ihn einschalten. Und da können Sie schauen, was Sie machen wollen. Wir haben einmal die Fernbedienung für Sie mit dabei, wo Sie ihn steuern können. Da sind auch spezielle Reinigungsprogramme schon vorgelegt. Und es gibt sogar hier dieses Zweimalprogramm. Das ist für Sie vielleicht auch interessant, weil wenn die Verschmutzungen wirklich stark sind, können Sie direkt dieses Zweimalprogramm laufen lassen. Es gibt auch für Sie, wenn Sie möchten, wenn Sie Smartphone-affin sind, eine kostenlose App. Ganz wichtig, kostenlos einmal runterladen. Und die verbindet sich dann, wenn Sie die App aufmachen, Ihren Roboter anmachen, automatisch mit dem Gerät. Und da können Sie natürlich Ihren Putzroboter auch über die App steuern, wenn Sie das möchten. Auch mal speziell mit den Pfeiltasten irgendwo hinfahren lassen. Oder auch am Gerät selber können Sie ihn natürlich auch, hier ist so ein Taster drauf, auch einmal anschalten. Und dann fährt er direkt los. Und zwar hier, intelligent nochmal. Der ist intelligent. Schaut Sie mal, hier oben ist keine Kante. Wow, oder? Ist das genial. Der erkennt das sofort, dass da keine Kante ist. Jetzt hier auch nochmal. Sehen Sie das? Der fährt da ran, auch wenn das alles rahmenlos ist, ohne Kante. Weil wir haben hier diese intelligente Technologie mit diesem Roboter. Und der arbeitet einfach hervorragend. Und schauen Sie mal, wie der sprüht. Haben Sie es gesehen? Immer wenn er in diese Richtung fährt, da ist ja die Sprühfunktion, da kommt dann dieser Reiniger perfekt dosiert raus. Das ist so fantastisch. Man muss nichts mehr machen. Ja, und Sie können sich jetzt den schöneren Dingen des Lebens widmen. Und ich glaube, alles ist schöner als Fenster putzen oder auch Fliesen oder alle flachen, ebenen Oberflächen. Aber hier sehen wir, wie genial der das macht. Auch genau richtig dosiert das Putzmittel, ohne dann zu überwässern. Jetzt haben wir keine Streifen, wir haben keine Schlieren. Es läuft auch kein Wasser. Die Scheibe runter. Langfristig sparen wir sogar Geld, ganz, ganz klar. Weil wir wesentlich weniger, nämlich genau die richtige Portion an Putzmitteln brauchen. Und wir sparen vor allem unsere Nerven. Und wir schonen unsere Gesundheit. Jetzt ist bei mir auch so nicht nur Dachschrägen ein Problem, weil ich nicht mehr so gern hochklettere. Sondern ich gebe es ganz ehrlich zu, meine Knie sind auch nicht mehr die jüngsten. Die werden natürlich auch ein bisschen älter. Und ich habe so große Türen bis zum Boden. Und wenn man da Fenster putzen muss, auf dem Boden, muss man in die Knie runterkommen, ist kein Problem. Aber aufstehen, das ist ein Riesenproblem. Also warum tun Sie sich das an, wenn es Ihnen ähnlich geht? Lassen Sie das einfach machen. Und Sie sehen, wie effektiv und wie schnell und wie sauber dieser Roboter arbeitet. Es ist eben ein ausgezeichneter Fensterputzroboter. Nochmal ausgezeichnet mit dem Innovation Award 2019. Und Sie bekommen den heute auch zum PV-Sonderpreis von 332,45 Euro. Er ist zum Glück wieder lieferbar. War lange ausverkauft. Jetzt ist er wieder sofort lieferbar. Das heißt, jetzt anrufen und in wenigen Tagen können Sie dann putzen lassen ohne. Und das ist auch nochmal ein Ausrufezeichen wert, ohne fremde Menschen in die Wohnung zu holen. Sondern wann immer Sie es für richtig halten, Ihre Fenster oder Ihre ebenen Oberflächen zu reinigen. Und nochmal ganz wichtig für Sie, wenn Sie heute bestellen, bekommen Sie natürlich auch drei von diesen gelben Reinigungstüchern in dieser tollen Mikrofaserqualität dazu. Und schau mal, wie toll der an der Kante lang fährt. Der macht das wirklich perfekt sauber. Drei Mikrofasertücher gibt es für Sie gleich mit dazu. Und auch eine Flasche von diesem tollen Reiniger in Herstellerqualität. Der ist für Glattflächen speziell entwickelt, also für Scheiben, aber auch für Oberflächen. Und den bekommen Sie auch 250 Milliliter in der praktischen Einfüllflasche direkt mit dazu. Das ist wirklich ein super, super Gerät. Weil Sie sehen ja jetzt, der reinigt das Fenster in einer schnellen Geschwindigkeit. 0,41 Quadratmeter pro Minute macht der. Also der ist wirklich sehr, sehr schnell. Und sobald der fertig ist, dann meldet der sich. Dann piept der einmal und sagt hier, Achtung, ich bin fertig. Bitte hol mich von der Scheibe, setz mich auf die nächste Fläche. Und Sie sehen ja auch nochmal, wie schön der wirklich hier an die Kanten geht. Das ist Reinigung in perfekter Qualität. Für Ihre Fenster, für große Wintergärten zum Beispiel, super geeignet. Für große Spiegelflächen zum Beispiel, bestens geeignet. Aber auch zum Bad putzen, weil Sie können quasi das ganze Badezimmer, wie wir gerade von dem Kunden gehört haben. Oh, hören Sie das? Das meinte ich. Jetzt ist er fertig. Jetzt können wir ihn hier runterholen. Falls übrigens bei Ihnen zu Hause auch mal Stromausfall sein sollte. Das macht dem nichts. Der hat einen Notstromakku eingebaut. Der hält bis knapp 30 Minuten an Ihrer Scheibe fest. Und piept dann auch immer, sodass Sie wissen, oh, da ist noch der Fensterputzroboter an der Scheibe. Den muss ich runterholen. Also der ist wirklich mit allerneuster Technologie ausgestattet. Und hier unten zum Beispiel haben wir mal eine Fläche. Das ist hier eine Fliesenfläche, die wir haben. Die haben Sie vielleicht auch im Badezimmer oder dann auch in der Küche. Da kennt man das auch nur hinter den Schränken. Es ist meistens so ein Fliesenspiegel. Wie oft putzen Sie Ihr Badezimmer, zum Beispiel die Fliesen? Relativ selten wahrscheinlich, oder? Weil es anstrengend ist, weil es zeitaufwendig ist. Und dann die ganzen Fugen und die ganzen Fliesen abschrubben. Das macht man wirklich höchst selten. Aber man möchte doch, Sie möchten auch, Sie möchten eine Grundsauberkeit auch einfach in Ihrem Haus haben. Gerade im Badezimmer. Das ist so wichtig, oder? Ich meine, stellen Sie sich mal vor, da kommt jemand dann zu Ihnen zu Besuch oder die Familie ist da. Und Ihr Badezimmer ist so schlierig, weil da vielleicht Haarspray an den Wänden ist oder sowas. Das möchte man doch nicht, da schämt man sich doch. Deshalb, den, die jetzt einsetzen, einfach an die Fläche dran setzen, wo Sie ihn haben möchten. Einfach einmal einschalten. Sie sehen das. Und dann wieder hier, entweder auf der Taste oder natürlich, wenn Sie möchten, mit Ihrem Smartphone oder auch mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern, wie Sie das mögen. Am einfachsten ist wirklich hier einfach drauf zu drücken, dann beginnt er immer mit einem voreingestellten Reinigungsprogramm. Und auch hier, der meldet sich, sobald er alles gereinigt hat, sobald er fertig ist. Und schauen Sie mal, wie schön er das macht. Also selbst hier auf so Fliesen mit schön vielen kleinen Fugen, so Mosaikfliesen, arbeitet der einfach hervorragend. Das ist... Ja, man sieht hier eben die allerneuste Technologie. Hier gibt es überhaupt keine Probleme, auch wenn man zum Beispiel so Glasbausteine hat an Duschen mit ganz großen Fugen. Da geht er einfach drüber hinweg und reinigt trotzdem. Es gibt diesen Spruch, den meistens Männer benutzen. Mir macht Putzen Spaß, ich könnte stundenlang zuschauen. Ja, aber hier dürfen wir den ruhig sagen, weil da kann man jetzt zuschauen und kann schauen, wie alles blitzeblank sauber wird. Auch Sie ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und ich finde es schön, dass man so einen Roboter, der eigentlich Fensterputzroboter heißt, im ganzen Haushalt einsetzen kann. Große Spiegelflächen, Glas, Tische, auch überhaupt kein Problem. Ich habe vorhin vorgelesen, mit Edelstahlkühlschränken, mit diesen empfindlichen Oberflächen oder auch Schränke. All das ist überhaupt kein Problem mit diesem innovativen Reinigungsroboter. Aber das sieht man auch, dass man Qualität kauft. Das ist Qualität für Sie. Das ist wirklich eines der neuesten Modelle mit dieser innovativsten Technologie ausgestattet. Berechnet die Putzwege, erkennt Hindernisse, erkennt auch rahmenlose Fenster, Flächen so fort. Das ist wirklich innovativste, gute Qualität, die Sie hier bekommen. Und wie gesagt, wir arbeiten hier mit Hobot zusammen. Hobot ist einer der führenden Hersteller, wenn es um Putzroboter geht. Also es ist wirklich etwas ganz Tolles. Und hier, erkennt natürlich Hindernisse, erkennt Kanten selbstverständlich. Und Sie können ihn überall perfekt einsetzen. Das ist hier Ihr Vorteil, weil Sie hier wirklich so ein innovatives und tolles Gerät bekommen. Also mehr Lebensqualität für Sie, weniger Risiko, das ist auch ganz wichtig. Und es ist ja nicht nur so, dass es riskant ist, dass man Angst haben muss zu stürzen, sondern es ist auch sehr, sehr unangenehm. Und Kathi hat das vorhin gesagt, und das kann ich nur bestätigen, je älter man wird, desto unangenehmer wird es. Und dann kommt Ihnen doch auch gerade, wenn Sie jetzt auch schon zu meinem Alter oder älter sind, so eine Haushaltshilfe. Genau richtig. Nochmal, keine fremden Menschen. Und das Putzergebnis ist perfekt. Überall aufsetzen, wo Sie reinigen wollen. Und Sie machen dann die schönen Dinge des Lebens. Vielleicht Kaffee trinken, ein Buch lesen, Ihre Lieblingsserie schauen. Egal was es ist, da wiederhole ich mich gerne, alles schöner als Fenster oder Fliesen zu schrubben und zu scheuern und zu putzen. Deshalb holen Sie sich dieses innovative Gerät nach Hause, diesen Allrounder, wenn es um Putzroboter geht. Und den bekommen Sie mit der Bestellnummer NX6057 und der 569. Und der Preis 332 Euro und 65 Cent. Ja, und vielleicht haben Sie es ja jetzt auch gemerkt, gerade jetzt muss man ja auch häufiger Fenster putzen, weil es ja momentan diese Pollen ohne Ende gibt. Haben Sie vielleicht auch schon bemerkt, auf Ihren Fenstern, da sehen wir es, alles ist voll mit Pollen. Und auch auf Ihrem Auto haben Sie es bestimmt schon mal gesehen, überall liegt dieser Pollenstaub drauf. Und man denkt sich, boah, meine Fenster sehen aus, das ist ja furchtbar, ich muss die schon wieder putzen. Und theoretisch könnte man die Fenster jetzt wirklich alle paar Tage putzen. Können Sie auch, wenn Sie so einen Roboter zu Hause haben. Und hier, wenn Ihre Scheibe auch so ausschaut, voll mit Pollen, das ist natürlich dann so etwas, wo man denkt, boah, ich kann da gar nicht mehr richtig durchgucken durch die Scheibe. Schauen Sie sich das mal an, ich gehe mal dahinter, dass Sie das mal sehen, wenn man so dann zu Hause sitzt und dann hat man so einen Pollenfilm, da ist ja alles verschmiert, da kann man ja gar nichts mehr erkennen. Und stellen Sie sich mal vor, was denken denn Ihre Nachbarn dann, wie bei Ihnen die Fenster aussehen? Haben die keine Zeit zum Fenster putzen oder was? Das soll doch nicht sein. Deshalb immer den Roboter parat halten. Den können Sie wirklich jederzeit einsetzen. Der kann ja sogar nachts im Dunkeln Fenster putzen. Das kann man ja sonst nicht. Aber der kann das. Dem ist es egal, ob es draußen hell oder dunkel ist. Der macht seine Arbeit. Da haben Sie sich richtig entschieden, weil der putzt dann auch abends nochmal schnell die Fenster, wenn Sie möchten. Und Sie setzen ihn wirklich einfach hier auch einmal auf, schalten ihn wieder an. Wie gesagt, Sie können ihn steuern natürlich hier direkt am Gerät mit der Fernbedienung oder natürlich auch wieder mit der App. Das sind Ihre Vorteile hier bei dem Gerät. Und dann geht es hier direkt los mit der Reinigung. Also einfach drüber fahren lassen. Und der beseitigt natürlich auch Pollen und Staub. Hervorragend. Sehen Sie das schon, wie der das macht? Der fährt da drüber und das ist wirklich hier super. Dieser feine Pollenstaub, der da drauf ist. Und sehen Sie das? Komplett glasklar. Streifenfrei. Also seien wir mal ehrlich, ne? Also ich kann nicht so gut Fenster putzen. Wenn ich die Fenster putze, sind überall immer noch Streifen und Schlieren drauf. Und ich denke immer, was ist denn da? Aber hier, der macht das perfekt. Sensationell. Alles streifenfrei ohne Schlieren. Und sehen Sie das? Der sprüht da nochmal schön drüber, poliert das alles ab. Dank wirklich dieser fantastischen Mikrofasertechnologie auch, mit dem der reinigt, mit diesem Sprühsystem. Schauen Sie mal. Wupp! Da drüber und schon ist alles weg. Ist das nicht toll, Ralf? Das ist faszinierend. Gerade jetzt mit dieser starken Verschmutzung, die wir gesehen haben. Die ist, als wäre sie nie da gewesen. Und dann ist es auch kein Problem, alle zwei, drei Wochen mal die Fenster zu putzen, was man jetzt vielleicht auch wochenlang vor sich her schiebt. Weil damit macht es richtig Spaß. Und jetzt sehen wir dich wieder klar und deutlich. Also holen Sie sich diese unglaubliche Haushaltshilfe zu sich nach Hause ins Haus. Sie ist jetzt im Moment sofort lieferbar zum TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer. Nämlich für 332,45 Euro. Und 45 Sendungen kommt dementsprechend natürlich Porto und Versand kostenfrei bis vor Ihre Haustür inklusive den drei Reinigungspads, dem Absturzsicherungsseil, dem Reinigungsmittel in bester Herstellerqualität. Also alles, was man sich wünscht. Aber bitte schnell sein. Die letzte Lieferung, die verfügbar war, war ruckzuck ausverkauft. Jetzt ist er wieder lieferbar. Unser absoluter Bestseller, wenn es um Haushaltsroboter geht. Und Sie bekommen den mit der Bestellnummer NX6057 und die 569. Und dabei spielt es keine Rolle, wie groß Ihre Fenster sind. Ob es Schaufenster sogar sind oder richtige Panoramafenster oder ob es sogar kleine Dachfenster sind. Oder die Duschkabine, die Fliesen oder auch der Edelstahlkühlschrank. Alle ebenen Oberflächen werden mit dieser Hightech-Maschine, so darf man das ruhig auch nennen, bestens gereinigt. So, jetzt gehen wir aber mal ein Stockwerk tiefer. Nämlich von den Fenstern gehen wir mal auf die Böden. Und da gibt es ja ganz, ganz viele mittlerweile Staubsaugerroboter. Es gibt auch Wischroboter. Aber was wir jetzt für Sie haben, ist auch wieder an Innovation nicht zu übertreffen. Es ist der derzeit modernste, das dürfen wir wirklich so sagen, der derzeit modernste Saug- und Wischroboter, den wir im Programm haben. Und der begeistert schon allein durch die Optionen. Das stimmt. Wir reden hier von einem Multi-Room-Saug- und Wischroboter. Dieses Multi-Room, das ist wirklich ganz, ganz neu. Weil dieses Gerät arbeitet sich von Raum zu Raum bei Ihnen. Also wirklich von Raum zu Raum. Und kann dann hier jeden Raum perfekt abreinigen und putzen, so dass da für jeden Raum auch speziell ein Reinigungsprotokoll erstellt wird. Zum Beispiel, wenn Sie in der Küche sind, haben Sie andere Ansprüche an Ihren Saug- und Wischroboter als zum Beispiel vielleicht im Flur oder dann vielleicht auch im Wohnzimmer. Und hier haben wir ein spezielles Reinigungssystem mit acht Reinigungsmodi. Die kommen hier in vier Phasen zu Ihnen. Und hier sehen wir zum Beispiel dieser Küchen-Modus. Beim Küchen-Modus ist es zum Beispiel wichtig, dass, und das sehen wir hier, viel Wasser benutzt wird. Da wird gewischt mit viel Feuchtigkeit. Ein bisschen weniger Saugleistung. Der arbeitet sich relativ langsam vor. In der zweiten Runde ist er dann ein bisschen schneller, benutzt weniger Wasser, um dann wirklich ein tolles Reinigungsergebnis zu erzielen und poliert. Dieser Roboter ist einfach hochintelligent ausgelegt. Wirklich hochintelligent. Er passt sich Ihren Böden an und fährt halt in der Wohnung wirklich komplett von Zimmer zu Zimmer. Und dabei hat er eine spezielle Kartografie-Technologie. Das heißt, der misst auch genau Ihre Wohnung aus. Der schaut, wie groß ist Ihre Wohnung. Bis zu 480 Quadratmeter kann Ihre Wohnung groß sein. Also kann eine große Wohnung sein. Und da fährt er automatisch rum, reinigt, raumübergreifend. Und das ist halt wirklich neu und kartografiert alles. Das merkt er sich auch. Und Sie bekommen auch hier eine kostenlose App mit dazu. Das heißt, Sie können das Gerät jederzeit über die App steuern. Können da auch Reinigungsmodi einstellen. Und können dann auch hier schauen, in welchem Modus er reinigt. Wo er gerade schon gereinigt hat. Das ist wirklich die aller, aller neueste Technik. Bis zu 600. 600 Schwingungen pro Minute macht er in seiner Reinigungsarbeit. Und das ist einfach wirklich was ganz Sensationelles. Also der saugt Ihre Böden und der wischt Ihre Böden. Und wie das funktioniert, können wir uns gerne mal anschauen. Ich zeige Ihnen mal hier das erste Modell. Ich mache das mal eben auf, um das wirklich zu zeigen. Sie bekommen natürlich hier diese Ladestation mit dazu. Die ist mit dabei. Und das hier ist Ihr Roboter. Ich zeige Ihnen den mal von unten, wie der ausschaut. Da wird mit Mikrofasertüchern auch wieder gearbeitet. Weil die natürlich den Schmutz sehr gut aufnehmen. Wir haben hier auch extra so Reifen, dass der nicht wegrutscht. Wir haben hier die Böden, die sich drehen, die hier den Schmutz auch extra dann nochmal in den Ansaugstutzen hineintransportieren. Wie gesagt, der saugt und der wischt gleichzeitig. Weil diese hier, diese Mikrofasertücher, werden von Wasser benetzt. Speziell, sodass der Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang macht. Im oberen Teil, ich mache den hier mal auf, dann können wir uns das anschauen, haben Sie einen großzügigen Wassertank und gleichzeitig einen Staubauffangbehälter. Der Staubauffangbehälter hier auch extra mit HEPA-Filter dann auch, sodass hier wirklich ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt wird. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man hier neueste Technologie hat. Und das perfekte Reinigungsergebnis, das bestätigen uns auch mehrere unserer Zuschauer, die das ausprobiert haben. Und ich habe hier auch wieder seitenweise Kundenbeiträge, die ich mir jetzt mal drei Stück vorlesen möchte. Aus Großdurbrau schreibt uns K.G. Super Saugleistung und Wischfunktion für Hartböden ein Top-Gerät. AP aus Samten schreibt uns ein wirklich überzeugender Haushaltshelfer, der keine Wünsche offen lässt. Und dann SG aus Cons. Wunderbar. Und da ich die verschiedenen Reinigungsstufen einsetzen kann und zwei Wischlappen am Gerät bekomme. Also hier nur zufriedene Zuschriften. Und das ist einfach Innovation, wie man es heute macht, wie man reinigen lässt, ohne, und das möchte ich auch noch mal betonen, ohne sich fremde Menschen in den Haushalt zu holen. Und wir haben jetzt hier mal so eine Konstruktion, das uns zeigen soll, wie effektiv dieser Roboter arbeitet. Genau, dass wir uns das mal anschauen können. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Das sind hier 600 Wischbewegungen pro Minute. Also er wischt 10 Mal pro Sekunde, 20 Mal pro Sekunde. Das ist wirklich fantastisch. Und hier in dieser Wahnsinnsqualität, der richtet sich selbstständig aus da natürlich auch und fährt dann seine Strecke, seine Wege ab. Ist da wirklich sehr intelligent auch in seinem Arbeiten und fährt meistens erst beim Raum einmal so die Kanten zum Beispiel ab, um zu schauen, wo er langt muss. Ich habe hier unten auch noch mal ein Gerät vorbereitet. Da können wir uns das auch sehr gut anschauen, weil der ist wirklich super intelligent. Und Sie haben hier dann Ihre App zum Beispiel. Und da können Sie auch mehrere sogar, wenn Sie jetzt ein Haus über zwei Etagen haben, können Sie sich zwei von denen bestellen und hier in der App auch gleich zwei Reinigungsroboter anlegen. Ich wähle jetzt hier mal den zweiten Reinigungsroboter an. Das sind die voreingestellten Programme. Hier zum Beispiel das Küchenprogramm, das wir haben. Dann haben wir hier auch ein spezielles mit ganz starker Saugleistung. Dann haben wir ein spezielles Haustierprogramm. Wenn Sie Haustiere haben, wirklich fantastisch das Ganze. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, natürlich alle Programme sehr schön auszuwählen. Ich liebe auch hier dieses Personalisieren zum Beispiel. Das ist mein Lieblingsprogramm. Da können Sie selber einstellen dann auch. Ich zeige Ihnen das mal. Hier der Sprühpegel, dann auch der Vakuumpegel, dann hier die Wischfrequenz und die Reinigungsgeschwindigkeit. Das können Sie auch selber dann in diesem optionalen Programm anwählen. Ich habe mir das jetzt so eingestellt. Und Sie sehen hier jetzt eine Kartografie, die erstellt worden ist. Schauen Sie mal, wie intelligent das ist. Der fährt bestimmte Bereiche ab und legt immer so eine Karte dann von Ihrer Wohnung an. Und wir starten jetzt hier einfach mal unseren Roboter. Wir lassen den hier nochmal fahren. Hier unten und das war dieses, haben Sie es gerade gesehen, dieses Quadrat, was wir gesehen haben. Da habe ich den vorhin schon mal fahren lassen. Und jetzt legt der wieder los. Und zwar hier wirklich in einer sensationellen Qualität. Er passt sich optimal natürlich den Bedingungen an. Er fährt jetzt hier sehr schön die Kanten ab. Er kennt den Raum an sich. Und dann fährt er auch wirklich super den Boden ab. Und zwar so sauber. Das muss ich sagen. So eine Reinigung, die Sie haben. Sie ärgern sich vielleicht manchmal, dass Ihre Böden... Und sehen Sie das hier? Der hat auch gleich gewischt. Das sieht man jetzt hier sehr gut. Der saugt nicht nur, sondern wischt auch direkt. Sehen Sie das? Und das wird richtig toll sauber. Sie bekommen eine Grundsauberkeit in Ihrer Wohnung. Weil man ganz oft ja hier Probleme hat mit dem Gerät. Man denkt sich mit dem Staubsauger, man denkt sich, ach, was ist denn da los? Und ich möchte gerne staubsaugen, aber es geht nicht irgendwie. Oder man hat auch nicht so richtig Zeit. Hier haben Sie wirklich alle Möglichkeiten, den jederzeit fahren zu lassen. Weil der macht das komplett automatisch. Also hier für Sie komplett automatisch die Reinigung. Sie können auch ein Reinigungsprotokoll, wenn Sie das möchten, anerstellen und ihm sagen, wann er reinigen soll. Es gibt so einen Zeitplan in der App zum Beispiel, wo Sie ihn programmieren können. Das heißt, Sie können sagen, er soll jedes Mal zum Beispiel morgens um 8 Uhr starten und dann von 8 bis 9 direkt die Böden wischen. Das macht er einfach dann perfekt automatisch. Der ist so genial mit seiner Technologie ausgerüstet. Und wenn Sie den einmal quasi bei sich zu Hause haben, müssen Sie sich nie wieder um Ihre Böden kümmern. Und es werden ja immer mehr Glattböden. Deshalb nie wieder kümmern. Der saugt und wischt. Und wenn er dann fertig ist, fährt er automatisch wieder zu seiner Ladestation. Das ist hier einfach ein ganz innovatives, tolles Gerät, das Sie hier nach Hause bekommen. Mit diesem Zeitprogramm natürlich umso effektiver dann noch ausgestattet. Einfach nur ganz, ganz toll. Und hier können wir jetzt reingucken. Wir sehen jetzt hier die Reinigung. Der ist jetzt hier schon ein bisschen rumgefahren. Und reinigt noch jetzt einmal den Kantenbereich natürlich aus von Ihrer Wohnung. Und sobald er das getan hat, wenn der Kantenbereich ausgereinigt ist, fährt er wieder automatisch dann an seine Ladestation zurück, weil er dann einmal den ganzen Boden abgereinigt hat. Und dann ist er fertig. Schauen Sie mal hier, dieses Mapping. Das macht er ganz automatisch. Und Sie sehen auch hier unten übrigens immer, das ist jetzt sehr, sehr klein, wie viel Quadratmeter er schon gereinigt hat, in welcher Zeit er gereinigt hat und welchen Akkustand er hat. Und das können Sie ja von überall immer aus anschauen. Also auch für Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt merken, oh, entweder programmieren Sie ihn, dass er immer fährt, aber wenn es jetzt irgendwie Krümeleien gab in der Küche oder wenn sich Besuch angekündigt hat und Sie denken, es sollte noch mal gereinigt werden, es sollte noch mal gewischt und gesaugt werden, dann können Sie den ja ganz schnell von Ihrem Smartphone aus immer direkt steuern und können ihn losfahren lassen. Das ist für Sie hier halt der große Vorteil. Der Begleiter für den ganzen Alltag. Aber was ich natürlich begeistern finde, ich muss ja nicht zu Hause sein. Ich kann den Programmieren einstellen, dass er reinigt, auch wenn ich eben schon unterwegs bin. Und dann ist die Wohnung sauber, wenn ich nach Hause komme. Also perfekt, wischen und saugen in Perfektion. Das können wir hier wirklich bestätigen mit der allerneuesten Technik. Und Sie haben es vorhin auch in der Einblendung gesehen. Auch hier eine Kooperation mit Hobot, also einem der Marktführer, wenn es um Reinigungsroboter geht. Und da sind wir auch richtig stolz drauf. Die unverbindliche Preisempfehlung bei diesem superintelligenten Wisch- und Saugroboter, die liegt bei 999 Euro. Und Sie bekommen den jetzt natürlich zum TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie als Perl-TV-Zuschauer, nämlich von 379 Euro und 95 Cent. Porto- und Versandkosten frei. Was ich auch ganz toll finde, auch als Mann muss ich sagen, weiß ich, dass man verschiedene Böden in verschiedenen Räumen anders putzen muss. Das Bad muss man anders putzen als die Küche. Die Küche anders als das Paket im Wohnzimmer. Aber das erkennt dieser Reinigungsroboter automatisch durch seine intelligente Technologie. Genau, der hat wirklich hier einen Gyrosensor eingebaut, unter anderem zur exakten Positionsschätzung. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese Zolle-Kartografie-Technik, dass der hier auch raumübergreifend reinigen kann, dass er richtig diese Karten anlegt von Raum zu Raum, dass man ihn speziell einstellen kann. Und hier sehen Sie nochmal die unterschiedlichen Modi, die man hat. Gerade auch so dieser Haustier-Modus, der Küchen-Modus zum Beispiel. Bei Haustieren hat man ganz feine Haare oft auf der Erde. Vielleicht hat das Haustier auch mal irgendwo geleckt oder gesabbert auf der Erde. Da sehen wir es, da braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Wasser dann. Und da siehst du ganz starke Saugfunktion, um die Haare und auch die kleinen Partikelchen, vielleicht mal Staub oder Schüppchen aufzunehmen. Also ganz stark ist da auch der Staubsauger eingestellt und dann natürlich zusätzlich die Wischfunktion auch. Die geht dann leicht nochmal drüber im zweiten Arbeitsgang, sodass man hier wirklich dann auch immer das perfekte Reinigungsergebnis bekommt. Hier sehen wir nochmal diesen Strong-Modus, den ganz starken. Hier haben wir das dargestellt mit Reis und Mehl. Und der schafft das halt. Die früheren Reinigungsroboter, die es gab, haben das nicht geschafft. Die erste Generation war quasi wie Blechspielzeuge nur. Irgendwann gab es dann die Möglichkeit, hier dann das Ganze schon mit einem Laser, dass er sich so ein bisschen zurechtgefunden hat und keine Treppen runtergefallen ist. Aber das hier, das ist jetzt mittlerweile die sechste Generation. Hier haben Sie, wie gesagt, die Auswahl zwischen diesen tollen acht Reinigungsmodi. Sie können sich selber einen Modus programmieren. In diesem Gerät sind insgesamt hier übrigens sieben Lasersensoren eingebaut, die da hier alles ausreinigen. Das ist ein Premium-Gerät, das wir hier für Sie haben. Und endlich halt die ganze Wohnung, die gereinigt wird, Sie programmieren ihn einmalig und vergessen ihn dann. Und dieses Gerät ist übrigens auch ein Gewinner. Er hat hier bei der IENA, vielleicht kennen Sie die, das ist die wichtigste internationale Fachmesse für Ideen und Erfindung, die selber Medaille gewonnen. Also das ist wirklich eine große Messe in Nürnberg, die es da gibt. Und da hat dieses Modell hier die Silbermedaille gewonnen. Das sehen Sie übrigens auch hier nochmal. Hobot, natürlich eine tolle Markenqualität, die Sie bekommen. Und auch hier Silbermedaillengewinner bei der IENA. Also Top-Qualität. Und darauf kommt es ja auch an, dass man wirklich langlebig was davon hat, dass man hier gute Qualität kauft, wenn man sich schon sowas gönnt. Und das bekommen Sie hier. Ja, und ich habe jetzt hier eine Weile zugeschaut und das Putzergebnis ist natürlich sofort wirklich beeindruckend. Wie ich hier gesehen habe, wie der alles ausmisst. Und selbst hier mit diesen Kanten nirgends abstürzt, fand ich sehr beeindruckend. Aber was für mich auch noch sehr beeindruckend war, ist die Laufruhe. Man hört ihn ja zwar ein ganz klein wenig, aber fast nicht, darf man jetzt mal sagen. Also ganz anders als ein Staubsauger, als andere Staubsauger. Genau, und man kann ihn auch wirklich noch mal ein bisschen runterfahren. Es gibt auch einen speziellen Modus, wo er in diesem Öko-Modus reinigt. Kann ich Ihnen mal zeigen. Das ist hier dieser Modus mit diesen Blättchen. Da reinigt er dann auch besonders schonend, besonders leise. Das ist ja auch für Sie vielleicht wichtig, wenn Sie schlafen und er soll reinigen. Dann nehmen Sie einfach diesen Öko-Modus mit den Blättchen. Da ist er noch mal besonders leise dann auch. Und Sie haben übrigens bei dem Gerät einen super leistungsstarken Akku eingebaut. 80 Minuten reinigt er Ihre Wohnung. 80 Minuten. Und wie gesagt, der saugt, das sieht man jetzt sehr gut, der saugt und wischt. Schauen Sie, der saugt und wischt. Also das ist wirklich fantastisch. Und dann haben Sie hier ein Top-Reinigungsergebnis. Und wenn der Akku mal schwach sein sollte, dann fährt er auch sofort auf seine Station zurück. Also da haben Sie wirklich hier richtig, richtig tolle Qualität. Der macht das alles von alleine. Das ist hier für Sie der Vorteil. Komplett. Also einmal eingestellt und nie mehr daran denken müssen. Weil wenn er dann mal der Akku leer wäre, fährt er automatisch wieder an die Ladestation zurück und lädt sich wieder auf. Und hier sehen wir jetzt auch mal, wie effektiv er arbeitet. Hier aus unserer hier unten Perspektive. Da haben wir einen Spiegel installiert. Also das ist einfach perfekt. Guck mal, er will zu dir. Nein, passiert nicht. Er stürzt nicht ab, er kennt die Kante. Also selbst das funktioniert hervorragend. Holen Sie sich dieses innovativste Haushaltsgerät, wenn es um Bodenputzen geht, nach Hause. Ein Wisch- und Saugroboter für Multiroom. Das heißt, er kann auch Räume erkennen und differenzieren. Also unterscheiden und dementsprechend genau richtig putzen mit seinem innovativen Putzprogramm. So macht Putzen Spaß. Ich habe dem jetzt eine Weile zugeschaut, wie effektiv er hier putzt. Schauen Sie sich das an. Und ich muss keinen Finger krumm machen. Ich kann das ganz bequem hier genießen. Putzen genießen geht sonst nicht. Das geht mit unseren Haushaltsrobotern. Hier bitte notieren Sie die Bestellnummer. Die NX3316 und die 569. Und dann kommt er zum TV-Sonderpreis exklusiv für Sie für gerade mal 379,95 Euro zu Ihnen nach Hause. Und so macht dann Putzen Spaß. So, und wer jetzt ein bisschen später eingeschaltet hat, springen wir einfach nochmal zurück, was wir vor ein paar Minuten gezeigt haben. Nämlich unseren ersten Roboter. Und da ging es um unseren innovativsten Fensterputzroboter, den modernsten, den wir im Programm haben. Den Sieger des Innovation Awards 2019. Hier nicht nur für die Reinigung von Fenstern geeignet, sondern selbstverständlich auch für alle anderen glatten Flächen, für Spiegelflächen. Ja, sogar Fliesenspiegel kann der reinigen, sodass Sie hier wirklich perfekte Reinigungsergebnisse haben, dank dieser Sprühfunktion, die hier eingebaut ist. Und Sie bekommen, wenn Sie heute bestellen, auch direkt ein Fläschchen von dem Reiniger in Herstellerqualität. Das ist perfekt für Glasflächen, aber auch für glatte Flächen mit nach Hause. Also Reiniger kommt direkt mit zu Ihnen. Es kommen gleich drei Mikrofaserpads zu Ihnen nach Hause. Diese Mikrofaserpads, mit denen er arbeitet, können Sie auch immer, immer wieder verwenden. Das ist hier wirklich nochmal Ihr Vorteil, sodass Sie hier ein tolles Reinigungsergebnis dann auch haben. Und dann einfach einmal Start drücken. Der saugt sich dank Unterdrucktechnologie direkt an Ihren Fenstern fest. Oder natürlich auch, wie wir es hier sehen, an Fliesenflächen. Selbst so Mosaikfliesen, der schafft das alles. Intelligenteste Technologie. Und jetzt für Sie zum TV-Sonderpreis. Ja, ein perfektes Reinigungsergebnis zum TV-Sonderpreis. Und der ist natürlich wieder exklusiv für Sie. Nämlich 332,45 Euro. Dementsprechend natürlich Porto und versandkostenfreie Lieferung. In wenigen Tagen bei Ihnen, weil wir sind froh. Er ist wieder da, also sofort lieferbar. Und lassen Sie sich einfach unterstützen zu Hause. Machen Sie das nicht selber. Und die Nachfrage ist schon wieder so groß, dass wir um unsere Bestände fürchten. Das heißt, am besten sofort ans Telefon gehen, damit Sie dieses innovatives Gerät, dieses wahrscheinlich modernste Fensterputz-Robotergerät der Welt hier bald ihr eigen nennen können. Und nicht nur Fenster. Und das finde ich ja so faszinierend, weil auch Fliesen, Ebeneflächen, Schranktüren, Spiegelflächen, Edelstahl-Kuhlschränke, all das kann ich hier mit reinigen. Und er macht das unglaublich zuverlässig und sauber durch diese innovative Sprühtechnik. Also auch hier natürlich eine Technik, die begeistert. Die Bestellnummer für diesen innovativen Fensterputz-Roboter, Ihren neuen Haushaltshelfer. Das ist die NX6057 und die 569. Und wenn man gesehen hat, wie schmutzig auch die Scheibe vorhin war da drüben und wie sauber die jetzt ist, dann sind Sie mit Sicherheit überzeugt und holen sich jetzt diesen Haushaltshelfer und natürlich auch unseren Bodenreinigungsroboter nach Hause. Und wir wünschen Ihnen dann viel Spaß damit.